Jo, liebe Leute, was geht? Willkommen zu dem vierten Video wieder. Ich bin immer noch hier in der Bude. Ich sortiere wieder die Pornos aus. Ist das ein Westen? Nein. Komm da hin. Okay, uah. Bitte, sei da. Fick dich, du Hörensohn. Fick dich, du Hörensohn. Hehehe, ist das eine Porn? Ah, brauch ich nicht. Ah, liegt noch hinten. Da liegt noch einer. Schalplatten, die ich verkaufe. Hier, mach ich gleich alle rein. Braucht ihr eh nicht. Hehehe. Mach mal Geld. Okay. Leer. Ach der, kenn ich. Leer. Ich brauch nur eine zweite Tüte. So, ich brauch nen gelben Satz. Wie viel sind die denn? Ich brauch nur einen. Ich brauch nur einen. Muss ich euch mal drehen. Da hinten bin ich. Hier. Den ganzen, hier ist die Pornos. So, wie macht man das? Am besten. Ohne das einem. Ohne das einem. Pornos weg. Ja, am besten euch. So. So da. Und jetzt. So. Da ist ein ganzer Sack voller Pornos. So. Weiter gehts. Handschuhe wieder an. Sieht mich nicht. Handschuhe an. Das ist ein ganzer Pornos. Die. Die. Pornos dafür. Zähre ich. Zeig ich euch nicht. Hier. So eine. Feinde der. Ponos. Das aber. Das auch. Alter. Das ist so viele. Die. Die ist leer. Oh, so, leer. raus ab 16 pauch man nicht pauch 18, Alter was ist das denn? Männerhöschen Männerhöschen, man braucht ein Männerhöschen das kam weg, Alter noch zwei dann ist der Schrank fertig fertig der Schrank fertig 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 Kärtang raus unser Handy wieder drin ohne wegzumachen auf die Tür gerichtet Oh, Uppala. So, das ist dann weg. So. So. Die kommen da rein. Oder LKW. Steck hin. Ist das hier einer? Was machst du hier, Alter? Der Tablet. Was ist hier ein Problem? Stealer. Was ist hier drin? Alter. Komm schon. Das ist ja was wertvolles. Schauplatten. Nähe Schauplatten. Hekt den. Ach, hier sind die gelbe Säcke. Okay. Original verpackten hier hinten. Willst du die mitnehmen? Ne. Okay. Okay. Wie viel nehmen wir denn schon auf? Mal sehen. Die werden hier weg. Da hinten muss ich noch ein Foto machen. Von den Stahlflächen. Auch die hier. Mit verstecken kannst du. Mit verstecken kannst du. Wie viel nehmen. Wie viel nehmen. Wie viel nehmen. Ah. Hier kann ich auch einstecken und hier mache ich noch ein Foto, ja Leute, ich bin wieder da. Wunder geschehen, alles kommt hier hin, was ist das hier, Kohle, bisschen Kohle, Schwarkkasse, WTF, Hülsen, einfach nur Blüten, so, das kommt da hin, das Kabel nehme ich mit, das brauche ich nicht, den brauche ich nicht. So, Schaltplatten gleich noch ein Foto machen. Nichts mehr drin? So, hier mache ich jetzt ein Foto. Alter, Jungs, Leute, hier habe ich noch mehr gefunden. Bono, 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 Sorry, Entschuldigung. Egal, Jo, was geht, was ist hier? Ah, hier, Fisch ist draußen. Okay, die kann ich noch kaufen. Fische. Keine Ahnung, was ich mit den großen Boxen mache. Auf jeden Fall brauche ich so eine Verlängerungsschnur, weiß nicht wo die festgemacht wird, die da hinten, glaube ich. Boah. Sinkhörte. Stinkt. Nee, nee. Boah, da steht hier. Das nehme ich mit. Boah, da steht hier. Ich habe das nicht gefluggebe. Ich habe das nicht geflüchtig. Hier kannst du das nicht geflüchtig. Schreie das nicht, lieber das nicht. Ich habe das nicht geflüchtigt. Okay Leute, ich freue mich noch ein bisschen auf und verabschiede mich schon mal und mache ein bisschen Fotos, was ich hier verkaufe, weil hier sind schon Schätze, hier das Teil, die Boxen da, hier die ganzen Schallplatten, ja, ich verkaufe dann einmal alles. Okay, wir sehen uns Leute, haut rein, ciao!